Hallöche, hier ist euer Martin mit einer super Nachricht für alle, die in Köbän, Friedrichsdorf, Dillinge, Seulbäsch und Burgholzhause vor der Höhe wohnen. Am 21. November, jetzt festhalten, passiert nämlich folgendes, da kommt wer nach Köbän? Ja, ich komm nach Köbän. Natürlich kommt ihr dann auch nach Köbän, oder? Also ich meine, ist doch klar, wir kennen uns ja, gell? Ja, also am 21. November im Forum Köbän sehen wir uns, dass das klar ist. Also ich komm auf jeden Fall. Ciao, bis dann, ich freu mich.